Der Eiserkreis im heutigen Südtirol war ab 1806 bis 1810 einer der Kreise des Königreichs Bayern. Gliederung Der Kreis gliederte sich in folgende Landgerichte älterer Ordnung, Bozen, Brixen, Brunneck, Klausen, Lienz, Meran, Siliengeschichte. In den Jahren 1806 bis 1808 wurde das Königreich Bayern in 15 Kreise eingeteilt, deren Namen sich nach Flüssen richtete. Der Eiserkreis mit der Hauptstadt Brixen umfasste nach der Annexion Tirols zunächst sieben Landgerichte und ab 1809 die kreisunmittelbaren Städte, Bozen und Brixen. Die Missachtung der alten Tiroler Wehrverfassung und die Wiedereinführung der josefinischen Kirchenreform durch den bayerischen Minister Monchelas sorgte für Unmut. Auch die Eingriffe in das religiöse Leben führten zum sogenannten Kirchenkampf des Klerus und der einfachen Bevölkerung. Die Zwangsaushebung von Rekruten für die bayerische Armee führte schließlich zum Aufstand. Der am 9. April 1809 in der Tiroler Hauptstadt Innsbruck begann Andreas Hofer stellte sich an die Spitze der anti-bayerischen Bewegung. Bereits am 11. April konnte er sich bei Sterzing gegen die Bayern durchsetzen. Am 12. April kam es zur ersten Bergiselschlacht um Innsbruck und schon zwei Tage später konnten die Österreicher in Innsbruck einziehen. Den bayerischen und französischen Truppen gelang es jedoch, Teile Tirols wieder unter ihre Kontrolle zu bringen und Innsbruck zurückzuerobern. Nachdem sich am 13. Mai die bayerisch-französischen Truppen in einer blutigen Schlacht bei Wörgel durchgesetzt hatten, kam es am 25. und am 29. Mai zu zwei weiteren Schlachten am Berg Giesel, wobei sich die bayerischen Truppen am 29. Mai geschlagen ins Unterintal zurückziehen mussten. Es folgte der Zettnheimer Waffenstillstand mit erneuter Besetzung Tirols durch napoleonische Truppen. Dem Aufruf zum Landsturm folgte ein erneuter Sieg der Tiroler am 13. August gegen Marschall Lefebvre. Der Friede von Schönbrunn motivierte Hofer erneut zum Aufstand, der allerdings am 1. November 1809 mit der Niederlage der Tiroler am Berg Giesel endete. Die südlichen italienischen Sprachgebiete und der südlichste Teil des deutschsprachigen Tirols wurden in der Folge 1810 zum italienischen Königreich geschlagen, aus Tirol mit Linz. Siljen und Matrei wurde Teil der illyrischen Provinzen Frankreichs, der restliche Eiserkreis wurde dem bayerischen Inkreis zugeteilt. Siljen und Matrei